Genau, beim Stadtbauen. Und dann werden wir dieses magische Rätsel finden. Kuchi, dieses Tagebuch ist sehr, sehr wichtig. Aber wie kommen wir dorthin? Ein magisches Rätsel? Worum geht es hier? Nein, 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 nein. Achtung! Adri, nein! Pass auf! Adri, pass auf! Nein! Los! Los! Aber, aber was ist mit Adri? Adri, geht es dir gut? Ja, ja, ja. Du bist ein tapferes kleines Kind, Süße. Komm schon. Kuchi, Lala, wir sind diesem Bösewicht endlich losgeworden. Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, das magische Rätsel aus dem Tagebuch zu finden. Komm schon. Okay, Meerjungfrau, du musst genau hier auf uns warten. Adri und ich finden das magische Rätsel für dich. Aber was, wenn der böse Mann nochmal hierher kommt? Keine Sorge, du wirst schneller wieder ein Mensch sein, als du denkst. Ich habe alles geschlossen. Die Garage, die Haustür und jedes einzelne Fenster sind fest verschlossen. Sei einfach vorsichtig. Erinnere dich, wenn du etwas Außergewöhnliches fühlst, entfache die Flamme und wir kommen zu dir. Okay, finde einfach die Lösung. Okay, wir sind gleich zurück. Adri! 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 Komm schon, Puchi, wir müssen gehen. Puchi, Puchi, lass uns das fahren. Spring auf. Okay, komm schon. Okay. Jetzt muss ich nur noch warten, dass der verrückte Puchi und Adri es schaffen, eine Lösung für meinen Schwanz zu finden. Adri, wir müssen Labaliessa erreichen. Ja, du hast recht, aber was werden wir dort finden? Ich weiß nicht, aber die Meerjungfrau, wir müssen sie wirklich retten, okay? Ja, wir müssen sie retten, wir müssen sie retten. Oh, komm schon, lass es sich schaffen. Lass es sich schaffen. Hm? Was ist das für ein Geräusch? Vielleicht ist es Achilles. Hm. Adri, wir müssen einen Hinweis finden, aber wo fangen wir an? Ich weiß nicht. Hm, okay, komm schon. Okay. Adri, was ist los? Adri, was ist passiert? Puchi, dieser Schrott ist endgültig erledigt. Ja, Adri, ich glaube, wir haben wirklich verloren. Puchi, schau, wir sind nah am Bahnhof. Hier entlang. Okay, lass uns einen Zug nehmen, Adri. Schau, Puchi, hier kommt der Zug, komm schon. Ich habe immer noch keinen Empfang. Oh, es sieht aus, als hätte jemand meinen Empfang gestört. Ich glaube, es ist jemand in der Nähe. Nein, das ist nicht gut. Ich glaube, ich verstecke mich besser. Ja. Er ist draußen. Was mache ich denn jetzt? Adri, was machen wir, wenn wir in La Baleasa ankommen? Wir suchen nach mehr Hinweisen. Okay. Okay, Adri, komm schon. Okay. Okay, Adri, wir sind gerade in La Baleasa angekommen. Was machen wir jetzt? Schau, Puchi, dort ist etwas. Was? Ich muss hier rauskommen. So geht's. Okay. Jetzt wird sie trotzdem mir gehören. Ich muss irgendwie ins Haus einbrechen. Dann kann die Meerjungfrau dieses Mal nicht entkommen. Was ist das? Oh, ein Seil. Adri, und wo gehen wir jetzt hin? In den Wald oder in die Stadt? Puchi, wir sollten in den Wald gehen. Komm schon, Puchi, wir müssen die Schienen überqueren. Warte, Adri. Schau, da kommt ein Zug. Das ist egal, wir müssen dorthin kommen. Adri, nicht, der Zug kommt. Nein, Puchi, wir können keine Zeit mehr verschwenden. Wir müssen jetzt gehen. Adri, das ist gefährlich. Adri, da kommt der Zug. Es macht nichts, wir müssen gehen. Komm schon. Puchi, Puchi, geht's mir gut? Ja, Adri, komm schon. Lass uns der Meerjungfrau helfen. Ich brauche etwas Licht. Ich brauche etwas Licht. Nein, 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 nein. Ich muss hier rauskommen. Ich muss hier rauskommen. Wegkommen. Sag mir, hast du sie? Ja, ich hab sie fast, Boss. Ich hab dir gesagt, du sollst sie nicht entkommen lassen. Keine Sorge. Hast du sie immer noch nicht? Ich hab dir gesagt, dass ich sie fast habe. Fange sie, was es auch kostet. Dafür bezahle ich dich, du Schwachkopf. Okay, okay. Mach es jetzt. Ja gut, unterbrech mich nicht mehr. Ich bin damit beschäftigt, meinen Job zu erledigen. Okay. Wo kann ich mich verstecken? Wo kann ich mich verstecken? Adri, was werden wir hier machen? Wir müssen einige Hinweise finden. Lass uns herumschauen. Okay. Ja, genau hier. Genau hier. Genau hier. Vielleicht ist er gegangen. Könnte sein. Ich kann ihn nicht hören. Ah, er öffnet das Tor. Nein, nein. Es ist unmöglich, das Tor zu öffnen. Was, wenn er es schafft? Ich muss, ich muss hier wegkommen. Pucci, wo sollen wir hingehen? Ich weiß nicht, Adri. Ich glaub, wir haben uns im Wald verlaufen. Pucci, kannst du das pinke Ding sehen? Aber was ist das? Komm schon. Oh Gott, nein. Er macht es auf. Er macht es auf. Pucci, schau, es ist ein pinker Ballon. Gut, und jetzt, wie fangen wir ihn? Aber Pucci, warum kletterst du den Baum nicht hoch? Okay, Adri. Warte hier auf mich, okay? Ich brauche den Schlüssel. Ja, den Schlüssel. Okay. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Hier ist er. Komm schon, Pucci. Du schaffst das. Du kannst es schaffen, Pucci. Du schaffst das. Pucci, sei vorsichtig. Okay, Adri. Keine Sorge, ich hab ihn fast. Ich hab's fast. Pucci, komm schon, du kannst es schaffen. Ich hab's, Adri. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das waratwabel. Das waratwabel. Ee-